Weiter geht es auf der verschneiten Spitze hier bei Beepton. Wir stehen irgendwie ganz schön im Regen. Zumindest auf dem Lade. Beep, 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 beep. Es biebt ein Beeperputz. In unserem Beeperraum. Genau. Oh, 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 wir haben da sowas. Dreht euren Körper um die Schraube zu drehen, ja, ist klar. Achso, hier, wahrscheinlich. Achso, nee, nicht die, sondern die, auf die wir uns da stellen müssen. Wir stehen eigentlich richtig. Hey, hey, hey. Boah, weißt du jetzt, wie runterdrehen musst? Das weiß ich nur nicht. Oh, ja. Okay. Du hast da so ein Ding an mir dran. Wurden wir bei der Geburt nicht gedreht? Boah. Für das Befehl, wir waren zu langsam. Endlich seid ihr da. Heiliges Zweibein, ihr habt das, ähm, die Verbindungskraft. Das sei. Benutzt die Kraft, dann könnt ihr diesen Schalter betätigen. Hm. Lass uns gucken. Hm, das ist kein Nintendo-Spiel. Alter, sie ist ja schnell zu versteckten Münzen und Sterne gehabt. Das ist kein Nintendo-Spiel. Hallo, Mr. Speicher. Kommt. Kommt. Da fehlen Dinge. Ich habe so ganz schlimme Ahnung. Ich glaube, du brauchst nicht zu mir. Es war nicht leicht, herzukommen, was? Mit der Kraft könnt ihr euch zwischen den Speerkraftfeldern schwingen. Herausforderung annehmen. Mhm. Versucht Ellen und... Okay. Hi. Da. Was machst du? Hallo. Das ist noch nie, Mann. Das wird gerade in den Schneemann gehauen. Ja. So gut, ich komme. Was? Was ist dran? Kannst du das greifen? Na, lass mal... Kannst du es jetzt greifen? Ne. Ne, du musst es erst greifen, wenn ich hier drauf bin. Du kannst es nur greifen. Was bei dir steht, ist es nur das greifen. Oh. Ich habe Angst. Ich will mich loslassen. Ach so. Dann müssen wir den so einkasseln. Totale. Das war auch noch das, nur weil wir schon mal die Vorschau gesehen haben. Ne, wenn wir mal ein anderes Spiel gesehen haben, wo das passiert. Ne, das war das. Ne. Ich kann das hier von der Vorschau. Du kennst das von dem Katzen... ...Tiere... ...Spiel. Jetzt will das gesagt, warum kommen wir da hoch? Ich glaube, wenn nur von da hinten. Ne? Du bist der Blaue. Ja, ich hatte nur gerade ein bisschen Unwucht in meiner Bewege. Ja, also. Pff. ... ... ... Was ist das? hast du es bin sicher siehst du was ich sehe ne dann gehen wir weiter ich kann nicht weiter gehen ich kann das schwingen kannst du dich also nicht hoch sondern nach rechts vielleicht irgendwo darüber schwingen können das ist so schön das sehe ich mich nicht sondern da gott und irgendwo geht es dann noch da nach unten ist zumindest ein vorsprung zumindest ist da ein vorsprung und ich komme keine ahnung also ich bin hier aus und kommen sie nicht mit ihr dran daher gehen wir lieber nach oben wahrscheinlich von da drüben und da ging es ja immer erst mal den typen auf das drehen andersrum ich hänge ich baume und jetzt andersrum drehen bitte ok 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 dann kannst du da also du musst dir gedacht oh man achso wir müssen dann wieder hier hoch kommen ja krasse Action also bist du da wahrscheinlich um da hinten die Mauer kaputt zu machen ach so irgendwas was du so sagst ich komm hier nie hoch mach nichts lauf mal vorne wo haben wir noch das ist der Türkontrollmitte achso ja ok stimmt da sind wir hoch manchmal hat das Vorteil aneinander zu hängen ja ich kann mich jetzt hier überall runter stürzen äh so der eine muss nach links der andere muss nach links zu ne nicht wie im Nachtraum ich kann nichts machen du ziehst mich gerade hm 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 also die drehen sie jetzt auf hier hm hm das ist ein Zahnräder sag's denn da los und dann bleibst du stundenlang da hinten stehen guck mal du bist nicht gestorben wenn du das doch mal da angetragen ja das wird x kommen hier zunächst das wird aber nichts weiter nämlich was fehlt deswegen müssen wir schon da drum stehen bleiben das bist du der da hm kurz kurz ich da drüben hin siehst du alles gut weiß gar nicht ob du hast hier gib mir meine Münze fünf Jahre gehalten nur an diesem Eim wieso war doch alles easy keiner in Gefahr das das geht nicht oder jetzt wieso hast du noch vor immer ach so wir hätten auch so runter springen können ne hier sind ab und ich das das du fliegst ohne Rotze gib Güsschen ui hoch und runter und hoch und runter das sieht nicht nur so aus das sieht nicht nur so aus das 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 die 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 Was tust du? Jetzt doch nur stehen bleiben müssen. Frag mich nicht, ich versuch dich lieber mal da rüber zu schwingen. Du musst verlieben. Genau. Und mich dann jetzt fallen lassen? Das geht auch schief. Siehst du, sag ich doch. So, du machst mal den Schalter. So, du hast mal den Schalter. So. So, jetzt machen wir das nochmal, gehen da drüben. Genau, sowieso, weil sich der eine oder andere drüber schwingen muss. So, jetzt machen wir das. So, warte mal. Kannst du dich da hoch? Nein. Wir sind hier hinten in der Ecke gefangen. Uah, das zeige ich euch. Leben am Konto. Heute ist er. Ich wollte eigentlich drauf schwuppigen. Ich bin da oben am Konto. Ich bin da oben am Konto. Ja, an der kaputten Scheibe. Ja, an der linken Wand. Nicht so weit drüber. Du nimmst doch das Seil zu lang. Was machst du denn da? Du willst heute mal schwingen. Alles klar. Ja, ich hatte ja gedacht, dass man vielleicht, wenn man hier weiter links anfängt, dass man vielleicht gleich in die Mitte kommt. Nie. Warum nicht? Weil dafür, dass er irgendwie schon wieder zu kurz ist. Ich sehe es. Hallo, lass los. Ich sehe, das dauert ein wenig. So. Lass dich baumeln. Ist das okay, Lass? Ich halte mich zweimal, wenn ich hier hochkomme. Das frage ich mich auch jedes Mal. Nun würdest du lieber nicht weitergehen. Wir haben fliegen. Ach du. Ich halte mich mal hier fest, ne? Mhm. Okay. Ich sprich mit mir, wenn ich was machen soll. Ja, noch wartest du. Bis das Ding da hoch ist und da. Kriege ich da. Und Lover. Okay. Wenn ich da drüben bin, schwingst du dich weiter. Was ist los, was ist los? Könntest du auch noch mal denken? Konnte ich nicht, das war immer zu kurz. Das ist für Lüchse. Rot zu werden. Warte mal. Hat doch schon nochmal abkommt. Hier ist nur heiß. Hier komme ich nicht hoch. Zieh. 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 Das ist doch einfach ein Laufenkönig. Ich steckte. Hab da auch festgesteckt. Nein, steckte fest. Ja, die habt ihr auch festgesteckt. Wow. Ich sehe, das ist dein Level. Oh ja. Guck mal, du hast es geschafft. Wenn ich dich den Klopf drücke. Jetzt. Oh, jetzt. Ich bezweifle, dass wir alle Sterne gefunden haben. Können wir überhaupt einen? Ich glaube eher einen. Wow. Guck mal. Guck mal, dafür sind wir nur genau sechsmal gestorben. Ein Stern hat uns gefehlt, aber nur sechsmal gestorben. Und dafür, dass zehn Minuten angeschlagen waren, waren 16 Minuten eigentlich gar nicht schlecht. Und 100% haben wir nie. Das war aber klar, nur die eine Aufgabe jetzt haben wir, oder? Ja. War ja quasi ein Tutorial. Wir haben irgendeinen Level freigeschaltet. Oh ja, die schwingen. Also gibt es ja dann noch weitere später. Aber wir machen beim nächsten Mal dann erstmal mit der Hohenbaumkrone weiter. Bis dahin sagen wir. Tschüss.